Ganz kurzer Disclaimer vorneweg bevor wir anfangen. Bin ich scharf? Ja hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir testen heute wieder Produkte zusammen. Und zwar habe ich bei Pinky Rose Cosmetics bestellt Lidschattenpaletten und Wimpern. Ich muss gestehen, ich kannte die Marke überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, was ich zu erwarten habe. Ich kannte auch keine Reviews und sonst nichts. Und dementsprechend, das wird völliges Neuland. Und wie die Palette, oder wir testen heute schon eine Palette, aber wie die Palette so ist, was man beachten muss bei einer Bestellung, was noch für Kosten dazukommen, die sind nämlich nicht ganz unerheblich. Du musst ein bisschen darauf aufpassen. Das erzähle ich euch alles, während wir einen Look schminken. Ich freue mich so, die Palette ist so schön. Und zwar soll heute Star der Show sein, die Bright Lights Palette. Aus der Spotlight Collection. Und guckt euch diese Palette mal an. Die ist bunt, der wunderschön. Ich stehe ja auf so bunten Krempel. Die ist bestimmt nicht für jeden was. Für mich ist die super was. Beide Paletten kamen in einer Überverpackung. Ihr kennt mich, Überverpackung ist voll dein Freund. Ich zeige euch auch mal die andere Palette, weil ich sie einfach da habe. Mit der habe ich auch noch kein Test und gar nichts gemacht, weil ich wirklich vollkommen unvoreingenommen sein wollte. Das ist die Transition Palette. Und auch die finde ich super schön. Die ist viel größer, als ich sie erwartet hatte. Aber so schön. Vielleicht folgt da auch noch ein Video mit, wie ich Looks damit schminke. Aber das sehen wir dann. Machen wir jetzt erst mal die andere. Und zwei Wimpernpaare. Ich kannte vorher den Girls Cosmetics komplett gar nicht. Wie gesagt, ich habe sie durch Instagram gefunden. Aber ansonsten auch groß kein Reviews, kein Looks, keine Influencer, die sich damit beschäftigt haben. Also dachte ich mir, bestellen wir mal. Ja, das war dann alles leider ein bisschen kompliziert. Die Bestellung an sich nicht. Die haben wirklich schöne Produkte. Und sind auch preis-leistungstechnisch, würde ich sagen, auf dem Level von BH Cosmetics ungefähr. Also die hat jetzt 24 Euro gekostet, hier diese Palette. Die Tension sind schon relativ groß. Und was man hier allerdings nicht hat, also es steht nicht direkt auf der Palette, nochmal irgendwelche Informationen drauf. Die stehen alle auf der Überverpackung. Also auf der Palette an sich habt ihr dann wirklich fast gar keine Informationen mehr. Allerdings gab es da was, worauf ich nicht geachtet hatte, nämlich Zoll. Und der Versand war super teuer. Also ich habe 22 Euro oder so allein an Versand gezahlt, wo der Zoll noch nicht mit inbegriffen war. Denn als die gute Frau Postbote, die mir super lieb war, vor der Tür stand, war sie so, ja, also ich kriege da noch 15 Euro Part der Knirschle. Und ich war in meinem Kopf so, was? Ja, natürlich, Zollabfuhr hatte ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, ist aber vollkommen logisch. Also habe ich 22 Euro Versand gezahlt und 15, 16 Euro nochmal Zoll. Sprich, da kamen dann halt nochmal gut, ja, 35 Euro drauf. Und dann sind die Sachen natürlich nicht mehr günstig. Also da, oder ist ja, Make-up günstig, ist sowieso nur so eine Relevation. Aber auch dann waren die Sachen natürlich jetzt, sind die in ganz anderem Preissegment, mit allem drum und dran, als vorher, vorher BH Cosmetics, jetzt so Anastasia Beverly Hills oder sonst was. Aber wir lassen uns davon jetzt gar nicht so irritieren. Wir fangen jetzt mal an. Diese Farben, Leute, Leute, das ist so schön. Ich bin mir noch gar nicht sicher, was ich genau schminken möchte, weil die Farben... Ganz kleines Klammer, bevor wir anfangen, ich würde bei solchen Lebschat-Paletten immer mein Augen-Make-up zuerst machen und dann alles andere. Ich dachte mir nur, es macht jetzt keinen Sinn, dass ich komplett ungeschminkt die ganze Zeit da sitze, dann mein Augen-Make-up mache und dann für 5 Minuten Outro nicht mal mich komplett schminken. Deswegen so rum. Normalerweise würde ich das so rum nicht machen. Das nur vorneweg. Außen vom Bier merkt, ich habe euch mega lang geholt. Ich hoffe, ich bin scharf. Ich bin da... Ich traue dem ganzen Spaß nicht so. Zweiter Disclaimer. Das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr bunter Look. Ich stehe auf sowas. Ich weiß, viele tun das nicht. Muss es auch überhaupt nicht. Aber Leute, wer auf Kreativität steht und super bunte Farben, das wird was für euch. Die Farbe besteht tatsächlich... Die Farbe. Die Palette besteht tatsächlich hauptsächlich aus mattentönen. Wir haben hier aber auch so super... Super Glitzertöne. Hier drei Stück und zwei Schimmertöne. Ja, ich freue mich. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Vor allem möchte ich natürlich auch möglichst viele Farben ausprobieren. Weil gerade bei bunten Farben ist es natürlich noch mal ein bisschen extra. Ganz kurzer Zwischenstand. Ich habe jetzt die Farben Pop Rocks, Becky und Dream Mesh aufgetragen. Alles mit Blenderpinseln. Und ich muss sagen, also gerade die Farbe Pop Rocks ist super, super cool. Becky könnte für meinen Geschmack noch ein bisschen krasser sein, aber alles sehr schöne Farben. Und ich glaube, dass man die auch gut aufbauen kann. Um jetzt noch ein bisschen mehr rauszuholen, nehme ich jetzt noch mal einen normalen Pinsel. Werde noch mal ein bisschen Farbe draufpacken und dann noch mal verblenden. Wie erwartet, also die Farben lassen sich auch aufbauen. Vor allem von dem Lila bin ich sehr begeistert. Ich finde, das Pink schwächelt ein bisschen. Und das Rorsch ist auch nicht verkehrt. Ich habe mich dazu entschieden, meine beiden Augen anders zu schminken. Ein grün-blaues Auge und ein eher warmes Auge. Einfach möglichst viel Farben auszuprobieren. Ich habe mir übrigens Puder unter das Auge gegeben, nicht wundern. Fallout ist auch da, aber das ist bei so Farben fast klar. Also da muss ich sagen, das habe ich auch erwartet. Kickback ist ein bisschen da, aber nicht so extrem. Und das Gelb gebe ich mir jetzt noch in den inneren Augenwinkel. Das Gelb überzeugt mich jetzt tatsächlich nicht so. Auch angesprüht nicht. Aber es kann auch sein, dass ich einfach schon zu viel Orange drunter hatte. Dass die Farbe wirklich nur für sich funktioniert. Auf einer Base, ohne irgendwelche Farben drunter. Ich mache jetzt erstmal noch das andere Auge. Mit den Farben Smash, Punky und Cloud. Und dann kümmern wir uns mal auf meinem Lied und unter meinem Lied. So, ich habe jetzt die Farben hier Cloud, Punky und Smash aufgetragen. Und ich muss sagen, Cloud ist viel dunkler auf meinem Auge als in der Pfanne. Punky hat wie Becky nicht ganz so viel Redekraft, aber Smash finde ich ziemlich geil, obwohl ich gar nicht so der Grün-Typ bin. Allgemein fand ich die Farben jetzt ein bisschen schwerer zu verarbeiten. Allerdings weiß ich nicht, ob das jetzt in meinem Auge oder an den Pinseln lag. Die Seite ging leichter. Ich werde mir jetzt auch hier nochmal das Gelb in den Innenwinkel geben. Und dann säuber ich mal mein bewegliches Lied aus. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe euch gerade mal hier die zwei Schimmertöne geswatcht und die Glitzer. Also das sind wirklich einfach nur in Pfändchen gepresste Glitter. Also das sind keine richtigen Glitschatten. Ich habe mir auch schon Glitter-Glo geholt, weil ich fürchte, sonst gibt es nichts. Ich tue mir gerade ein bisschen schwer für das Auge, also für das blau-grüne Auge nehme ich die Farbe jetzt auch mal einfach mal umzugucken, wie die Schimmertöne performen. Und eigentlich, damit es halbwegs ein bisschen symmetrie und sich die Sachen wieder nehmen, wieder nehmen, spielerspiegeln, sich ja eigentlich Boom nehmen. Ach komm, mach mal Boom. Mach mal. Ich habe für solche Looks definitiv viel zu wenig Pinsels mehr aufgefallen. Ich habe hier hinten ein bisschen verkackt. Damit bin ich unzufrieden. Ich weiß nicht, ob die Stelle einfach jetzt nicht für die Farbe geeignet ist, aber... Ja, dann belege ich mir gleich nochmal was, weil das sieht man ja quasi gar nicht. Und ich finde mal, wenn es oben so krass ist, dann sollte es unten wenigstens ein bisschen vorhanden sein. Ich mache das jetzt so, ich gebe noch eine von den Farben, die ich hier oben hatte, noch unten mit drauf. Und gebe dann Glister einfach ein bisschen drüber, dass man das ein bisschen mehr sieht. So, ich habe jetzt einfach die Farbe Punky nochmal unter Glister gegeben. Jetzt finde ich es besser. Aber, ähm, ja. Und auf der anderen Seite gehen wir ins Boom, unter das Auge. Und hoffen, dass das besser funktioniert. Auch Boom über... Ähm, ähm... Also auch Boom gefällt mir jetzt nicht so übergut. Vielleicht sind die Farben auch einfach nicht fürs untere Auge geeignet. Das kann natürlich auch sein. Ich mache dieselbe Taktik wie hier. Ich gebe Poprock jetzt nochmal unter das Auge und gehe da nochmal mit Boom drüber. So, nachdem wir das jetzt halbwegs gemacht haben, versuchen wir uns jetzt mal ein bisschen Glitter aufs Auge zu packen. Ich würde sagen, wir nehmen hier Twinkle und Dazzle, einfach weil es voll gut zu beiden Augen passt. Und das trage ich mit Hilfe von, ähm, na, Glitter-Base auf. Mein Gott, das hat jetzt gehangen in meinem Kopf. Weil ich fürchte, sonst kann das lassen. Also Leute, mir hat das jetzt gar nicht gefallen. Ich habe mir mit Dazzle, das ist das Grüne, komplett mein Make-up hier quasi versaut. Das ist überall... So, ich wollte mich mit den Finger legen. Es ist überall, ich habe keine Kontrolle drüber gehabt, weil es trotzdem hängen bleibt, auch ohne Glitter-Base. Hier unten, es hat super gebröselt, es ist überall, es geht super, super schwer wieder weg. Es ist nicht deckend. Hier, das ging, so halbwegs. Aber es ist quasi einfach nur gepresster Glitter. Und so ein bisschen Zeug, das halt zusammenbleibt drin. Also ich glaube nicht, dass hier drei Glitzerfarben groß weiterverwenden werden. Da gibt es einfach bessere Alternativen. Und jetzt kommen wir noch zu einem sehr spannenden Part. Ich tusche mir jetzt erstmal die Wimpern und dann setze ich mir, ich weiß gar nicht genau, welches Paar auf. Ich glaube, fast das hier. Ich finde, die sehen schon sehr künstlich aus. Also man sieht, dass es Plastik ist. Aber sie sehen auch super, super schön aus. Ich bin gespannt. So. Das sind die Wimpern in dem Style. Ja, gute Frage. Steht das da drauf, was das ist? Ja, also die sind in so einer Verpackung hier. Das war jetzt ein Kampf, muss man echt sagen. Also die sehen auf dem Auge super, super schön aus. Und ich weiß jetzt nicht genau, woran es gelegen hat. Ich habe mir jetzt auch einen winzigen Eyeliner gezogen, ohne Wings, ohne alles. Das war aber mit dem Glitter jetzt natürlich gar nicht so einfach. Also der Glitter hat es ein bisschen versaut. Aber ansonsten sehen die echt schön aus. Ich finde halt, dass man sieht, dass das Synthetic-Wimpern sind. Aber auf der anderen Seite finde ich auch cool, die free. Und das ist ja immer mal eine gute Sache. Und ich finde, ich muss sagen, ich bin ein bisschen begeistert von dem Look. Ohne den blöden Glitter mit anderem Glitter auf dem Auge und vielleicht noch einem weißen Eyeliner. Richtig gut. Was ist mein Fazit zu dem Ganzen? Gut, ich kann euch jetzt natürlich schon die zwei Produkte reviewen. Die andere Palette kann ich jetzt noch nichts zu sagen. Wird aber folgen, ein Look dazu. Die Bright Lights von Pinky Rose Cosmetics. Für den an sich, für den Preis von 24 Dollar ist es eine wirklich schöne Palette. Also von den matten Farben, muss ich sagen, bin ich super angetan. Ich habe von den matten Farben bis auf zwei Farben tatsächlich jetzt auch alle benutzt. Und ich finde sie alle durchweg schön. Manche haben ein bisschen ihre Eigenarten, wie jetzt zum Beispiel das Pink und das Punky. Aber durchwechselnd ist schöne Farben. Fallout haben sie allerdings ein bisschen und Kickback auch. Aber ich denke, das sind beides Punkte, weil man bei so Farben nur wegsehen kann. Wie gesagt, macht euer Augenmakeup zuerst. Die zwei Schimmertöne sehen beides super, super schön aus. Sind für den unteren Wimpernkranz allerdings ungeeignet. Kann aber natürlich sein, dass das jetzt auch einfach an der Stelle lag. Da muss ich sagen, die war jetzt meine Meinung ein bisschen durchwachsen. Die müsste man einfach noch an einer Stelle ausprobieren. Von den drei Glischer-Farben bin ich überhaupt nicht... Also mit denen... Nee. Einfach nee. Die sehen schön aus, aber ich könnte mir... Aber nee. Tut mir leid. Ich habe einfach ein besseres Drei. Ich habe Losenglitzer da. Ich habe die Stila-Dinger da. Ich würde dazu, glaube ich, nicht mehr greifen. Höchstens bei Special Effects-Makeups. Wenn man Highlights setzen möchte und weiß, okay, die Farben passen jetzt super, da vernehme ich die. Aber an sich finde ich die Palette wirklich gut. Gerade wenn man sie nicht, wie ich, jetzt Plusversand und Zoll so teuer bekommt, sondern für den Originalpreis irgendwo bekommt, solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Ich hoffe, dass ich die ganze Zeit scharf bin. Ich habe heute, wie ihr seht, wieder Kontaktgläser drin. Und ich hoffe, dass ich scharf bin. Ansonsten wäre schade, drum. Und dann würde ich sagen, lasst mir gerne etwas Liebe da. Lasst mir eure Gedanken zu diesem crazy Look da. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut.